Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Musical Aschgol. Die erste Burlesque-Show hier im Engadin. Waren Sie sich darauf gefasst, von unseren wunderschönen Tänzerinnen und Tänzer, talentierten Musikern und unglaublichen Entertainern umgehauen zu werden. Viel Spaß! Chars Seniors et Charas Senoras, 5 minutes al Musical Aschgol, la prima show de Burlesque qui a in Engadine. Seit Préparats d'Averer Nosses Bellas Ballerinas e Ballerins muss ich ganz talentat et incredibles Entertainers. Bundi Verti meint. Bitte halten Sie genug Abstand. Und achten Sie auf jeden Fall. Der Platz ist genug groß. Kommen Sie noch ein bisschen nach vorne. Wir empfehlen Ihnen, eine Maske zu tragen. Und bedenken Sie, dies ist kein Stripclub. Hier teilt sich höchstens jemand die Kleider vom Leib, weil die Show so heiß wird. Viel Spaß! Und jetzt muss ich auf jeden Fall sein. Dietitelung sind ein bisschen auf die Welt. Es ist kein Stripclub. im Film zu fern c am sein, im Kontain, im Science Tai c a passrie e rzur der Aaba in im Wunder lei realte c sst e a un Uriv da dormir e a un Uriv da lasherir quel di-sert ci saura saura arratai e a un Uriv da dormir e a un Uriv da lasherir und zwar nicht in der Zeit, und zwar nicht in der Zeit, dass du das Leben und das Leben auch nicht in der Zeit und du bist nicht mehr wie ich im Rechte, den ich in diesem Geheim war, dass du nicht mehr das Leben und das Leben Am vrampfer, amart in Lidary, cum in Söp, dres levitä vele. Okay Ich komme mir mit zuido, dass ich mich lieb, dass du mir gew assertet hast, dass du mit deinem ein Geräusch Además, dass du dich nie oft mehr über dich Ich sch know, ichários zu pumpen, weil sie zu meinen Cünat war, und ich habe eine Menschen überwörtende, dass ihr uns für die 놀ろう sind? Er hat nur Angst, dass ihr sie schertet sich, dass ihr sie gebunden und aber auch Animal haben. Er hat nur Angst, dass ihr sie schertet sich, dass ihr sie gebunden und einfach sind. Ich werde dich telefonieren, aber du bist nicht nur so einfach, denn du bist, aber du bist, 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 ... ... Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, danke für das. Nino. Nino. Ja, klassisch ist schon schön, aber wir machen trotzdem burlesque. Okay, danke. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Yeah, they scream for more, for more and for the babe I know with me they come to see My pleasure brings them to the knees Yeah Like the stuff I can't imagine Why would it be difficult to cause enough to touch Set me to the fancy And I've won any minutes tantalizing Why? It's a passion, an emotion It's a passion But let's know I'm looking Oh, lady, come to that planet I thought it's going up if you want it Can you feel me? Can you feel less? It's Burlesque 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 It's a passion, an emotion, it's a passion Can it move you, go and screw you, do what else to do? Oh ladies, come sit there for it, oh show it up if you want it Can you feel me, can you feel it? It's the last Hey, 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 hey Beulis 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 Ihr könnt gerne hier vorne aufstehen und mit abgehen bei diesem roten Teppich. Musik 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 Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever sounds a long time ago Romeo loved Julia Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julia, babe, you're my flame Now give it fever When we kiss it Fever when we hold you tight Fever I'm on fire I'm on fire Fever, yeah, burn first He gives me fever He gives me fever When he kisses me Fever when he holds me tight Fever I'm on fire I miss Mrs. Daddy Won't you treat him right And now you listen to our story He's the point He's the point that we have made He's the point that we have made Chicks were born to give you fever Beat Fahrenheit or centigrade We give you fever We give you fever When we kiss you Fever when we hold you tight Fever Fever We're on fire Yeah, what a lovely way To burn Oh, what a lovely way To burn Oh, what a lovely way To burn We give you fever Danke vielmal. Herzlich willkommen, alle hier in der Schule. Freut mich, dass so viele Leute gekommen sind. Ich stelle euch kurz unsere schöne Dame vor. Das ist Rahel Rueck. Sie ist 23 Jahre alt. Sie ist jung und ist aus Zürich und sie ist Schlangentänzerin und Vertikaltuch-Akrobatin. Also, grossen Applaus für das. Wir kennen uns durch die Swiss-Show. Wir sind in zwei Jahren zusammen aufgetreten und sie war auch schon mal an einem meiner Konzerte. Sie hat auch den Privalo gewonnen. Das ist eine Schweizer Auszeichnung von Show-Szenen. Sie ist schon im Zirkus Nock aufgetreten. Wie lange machst du das schon? Schlangentänze mache ich jetzt schon acht Jahre. Vertikaltuch, das ich nachher noch sehen werde, bereits zehn Jahre. Und bin mit diesen beiden Nummern schon recht lange unterwegs an diverse Events. Kann man diese auch buchen? Auf jeden Fall. Ihr dürft gerne auf meine Homepage schauen, wenn ihr auch mal ein Feststand und spezielle Unterhaltung dazu braucht. Also, holt euch Kärtchen. In beiden Kassen hat es Kärtchen von ihr. Also, falls ihr mal einen Junggesellenabschied feiern wollt, könnt ihr sie bestellen. Natürlich angelegt. Okay, danke vielmals Rahel. Wir sehen sie nachher nochmal. Gross Applaus. Ich stelle euch jetzt kurz noch Burlesque vor. Für all die, die nicht wissen, was Burlesque ist. Das ist in den 19, 20 Jahren entstanden. Es ist ein Vorstil vom Striptease. Es ist aber nicht wie beim Striptease. Also, man zieht sich schon aus und man sieht viel Haut, aber man sieht nie alles. Und das ist der Punkt. Also, es kann sein, dass das Kleidungsstück wegfallen, aber man sieht nie wirklich alles. Das muss man euch so vorstellen, dass die Leute dazumals in diesen edlen Beizen gegangen sind. So wie hier mit dem Gold und dem roten Teppich und so. Und alle sind edel angelegt gewesen und sind die Shows angeschaut. Also, die sind nicht gegangen um eine Stripshow anzuschauen und haben nicht so Geld auf die Bühne geworfen, sondern sie haben Eintritt gezahlt und sind dann dort wirklich um die Burlesque-Show angeschaut. Und das versuchen wir hier ein bisschen nachzumachen. Die Band hier habe ich zusammengestellt in den letzten zwei Monaten. Also eigentlich all das. Wir haben in zwei Wochen das ganze Programm auf die Beine gestellt. Wir waren zehn Tage im Kult, am Proben in so einem Art Camp. Und ja, danke vielmals! Jetzt hören wir Tupo Fall Americano mit Mattia, ein Italiener, der Amerikaner will sein und dann auch auf Amerika abhauen. Viel Spaß! Und ja, danke vielmals! Applaus Und ja, danke vielmals! Da bin ich jetzt! Und ja, danke vielmals! Und wenn du die Barschette der Mama bist, bist du amerikaner, amerikaner, amerikaner. Aber wenn du in Italien bist, hast du nichts gemacht, dass du die Polizei bist, bist du amerikaner, bist du amerikaner. Mit der Barschette bist du amerikaner, bist du amerikaner. Grazie. Untertitelung des ZDF, 2020 Du wofarli americano, americano, americano Ma sei nato in Italien, senta me, non c'è sta niente a fa' Oh che napolitan, du wofarli americano, du wofarli americano Grazie Ladies Ladies and gentlemen, may I present to you Musical School Grazie 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 Kunnietz, Alin! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ladies! Ladies and gentlemen, may I present to you, Musical.Squad! Guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite, ich bin Moana und ich bin bei dem Musical als Tänzerin und als Choreografin dabei und ich stelle euch kurz das nächste Stück vor, damit ihr ein bisschen wisst, worum es geht. Es handelt von fünf Mörderinnen und Mörderern, die eindeutig genug haben für ihren schlechten Ehenen. Wir fangen an mit einer Frau, die ihren Kaugum immer so lästig gecatcht hat, dass sie den Mann einfach nicht mehr hören konnte. Als nächstes haben wir einen Mann, der statt einem Partner noch sechs weitere gehabt hat. Dann haben wir einen klassischen Fall von Iversucht. Die Frau sollte anscheinend ein Verhältnis mit dem Milchmann haben und so einen Vorwurf möchte sie sich natürlich nicht gefallen lassen. Dann haben wir zwei Schwestern auch miteinander auf der Ursin mit ihren Akrobatikshows. Und der Mann von Einten ist immer mit dabei auf der Tournee und dann an einem alkoholreichen Abend ist es dann passiert. Der Mann von Einten betrügt die Schwester mit anderen. Und als letztes haben wir den Al Lipschitz, einen Künstler. Jeden Abend geht er aus, um sich selber zu finden und auf dem Heimweg findet er noch die verschiedensten Frauen. Und so ist es auch für ihn fertig gewesen. Als letztes möchte ich nur noch eines sagen, bitte macht das nicht nach, es ist nur eine Show, was wir jetzt hier machen. Und auf das Wort sage ich, Ladies and Gentlemen, may I present to you the six married murderers of Cook County Jail in the rendition of the Selbach Tango. Eins, zwei, drei, vier. Warum Musik Pop Six Squish Uh-uh Cicero Lipschitz Pop Six Squish Uh-uh Cicero Lipschitz Musik Musik You know how people have this little habit that gets you down Like Bernadette Bernadette, she like to chew gum No, 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 not chew POP So I came home this one evening feeling really irritated And I'm looking for a little bit old sympathy And there's Bernadette Standing in the kitchen Cooking up dinner And chewing No, not chewing POPPING And then I told her You popped that gum one more time And she did So I took the pistol out of my pocket And I fired two warning shots Into her head She had it coming She had it coming I met Ezekiel Jörg from Salt Lake City about two years ago And he told me he was single So we ate it up right away And we started living together He'd go to work, he'd come home I'd fix him a drink We'd had dinner together But then I found out Single he told me Single my ass Not only was he married Oh no, he had six wives One of those Mormons you know So that night when he came home I'd fix him his drink as usual You know some guys You know some guys Just can't hold their arsenic He had it coming He had it coming He took the flower And it's dry And then he used it And he abused it He was a murderer And he used to mange And he bills Bananas It's a lie You know that one night I was standing in the kitchen Carving up a chicken for dinner Mining my own business And in starleds my husband Wilbur In a jealous rage And you've been screwing the milk man He said And he kept on screaming And you've been screwing the milk man He was crazy And then he ran into my knife He ran into my knife ten times If you had been there If you had seen it I betcha you would have done the same My sister Veronica and I had this double act And my husband Charlie traveled around with us So for this last number in our act We did this 21 acrobatic tricks in a row One, two, three, four, five Splits, spread eagles, backflips, flip-flops One right after the other So this one night We were down at the hotel Cicero Poosing, having a few laughs And we ran out of ice So I got out to get some I come back That's Veronica and Charlie Doing number 17 The spread eagle Well, I was in such a state Of shock, I completely blacked out I can't remember a thing It wasn't until later When I was washing the blood off my hands I even knew they were dead They had it coming They had it coming They had it coming They only had themselves to play I didn't do it She didn't do it But if I'd done it But if she'd done it How could you tell me that I was wrong? They had it coming They had it coming They had it coming They had it coming They took a flower to its prime And then he used it And then he used it And he abused it And he abused it It was a murder but not a crime Let me tell you how I got heartbroken You know, I loved our Lipschitz more than Kapos will say He was a real artistic guy Sensitive and then even a painter But he was always trying to find himself He went every night out looking for himself In another way Not only did we find Ruth, Gladys, Rosemary But then, even Arvings You know what? You could say we broke up Because of artistic differences He saw himself as alive I didn't I saw him dead That dirty box That dirty box They had it coming They had it coming They had it coming They only had themselves to play I didn't do it I betcha you would have done the same They had it coming They had it coming They only had themselves to play I didn't do it But if I'd done it How could you tell me that I was one? You popped that gum one more time Sing on my ass Ten times Number 17, the spread eagle Artistic differences Pop Six Squish Uh-uh Cicero Lip shit Tonson and Chambers Swingin' on a vine Candyman Candyman Savin' from a bottle of fuck A double wine Sweet Sugar Candyman Hey, yeah, yeah, yeah I met him up for dinner on a Friday night He really got me working up an appetite He had tattoos up and on his own And started more pages than a bonus shop He's a one-stop shop Makes my cherries tough He's a sweet-talk shirt Called Candyman A sweet-talk shirt Called Candyman Sweet A sweet-talk shirt Called Candyman Sweet 조 She propulsion Called Candyman A sweet-talk shirt Called Candyman Badoo-ba-dee-do-do-do-do, sho-do, badoo-ba-dee-do-bau. Bap-bau. Yeah, yeah, yeah. Badoo-ba-dee-ba-dee-ba-bau. Badoo-ba-dee-do-ba-dee-da-bau. Badoo-ba-dee-do-ba-dee-do-ba-bau. He's the one such shirt, makes me jerry��요. He's the sweet talker shirt called the Candyman. The sweet talker shirt called the Candyman. Oh, yeah, 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 yeah. Und wenn man auch getrennt, all warm and hot Und wenn man küsst, man mutter, weh die Spots Yeah, looks like Sugarcane Good things come from boys who went Danceman Jay was swinging all her vines Candyman, Candyman Savin' for a bottle of Puckett of the wine Candyman, Candyman Sweet Sugar Candyman He's a one-stop, got me hat, making all the pennies drop Sweet Sugar Candyman He's a one-stop, got me hat, making all the pennies drop Sweet Sugar Candyman He's a one-stop, got me hat, talk, baby, don't stop Sweet Sugar He got those lips like Sugarcane Good things come from boys who went He's a one-stop, shot, and quit a ribbing Sweet Doc, should go to Candyman 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 Yeah, 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 yeah Candyman, Candyman, Candyman Candyman Darson and Jane were swinging on her vines Darson and Jane were swinging on her vines Sipping from a bottle of vodka double wine Sipping from a bottle of vodka double wine Jane lost her grip and down she fell Jane lost her grip and down she fell Square to step away as she let out hell yeah Square to step away as she let out hell yeah Danke, danke, herzlich willkommen in school Schönen Abend Wir haben jetzt noch die Ehre, euch die Bands vorzustellen dürfen, aber wir fangen an mit dem wichtigsten Mann, den Mathia Und am Schlagzeug haben wir den Jan Und am Schlagzeug haben wir den Jan Wir gehen weiter zu der Tuba, Orli Und am Baritonsaxofon, der Penny Als nächstes an der Klarinette, Linnard Und an der Posuna, der Jan Kommen wir weiter zum Saxofon, Yogi Und von Österreich, jetzt schon da hergekommen, an der Trompeten, der Felix Wir gehen weiter zu den Gitarren, Südi In der Mitte an der Gitarre, seht ihr, den Jan Nächste Mal an der Gitarre, Arnaud An der Giga, sie steht jetzt gerade nicht auf der Bühne Aber einen grossen Applaus, habt ihr euch gehört Florina Da kommt sie Weiter zur Perkussion, hinten links Mischo Und am Klavier, heute Abend, haben wir den Nino Und am Klavier, heute Abend, haben wir den Nino Samira, Laila, Ines und der Nick. Unsere weiteren Backgroundsänger, ihr habt ihn gerade vorhin gehört. Gross Applaus für Johnny! Wir kommen zum wichtigen Teil heute Abend. Unsere erste Nick-Sängerin. Gross Applaus für Lucia! Und jetzt macht euch gefasst auf eine heisse Show von dieser Frau, die das alles erst möglich gemacht hat. Einen riesen Applaus für Gintzia! Die Dress ist Chanel. Die Schuss-Wire's out. Die Back ist Dior. In der Jeep of our couture. Die Dress ist heute Abend. Die Dress ist unter dem Weg. Die Dress ist unter dem Weg. Die Drei sind aus dem Weg. Die Dress sind meine Wex. And it makes their heads twirl They all say Darling, what did you do for those pearls? What? I am a good girl P.I.L. Doe, Rodeo, La Mouche Breakfast for a lunch and pool set for show The shuttle for cocktails, the courtyard at night Containers for dinner, the hell is divine You know I've found a world going around They all say Your feet never do touch the ground What? I am a good girl Ooh la la I am a good girl Ooh Yeah Ooh Ah I am a good girl I will do the best Danke vielmals der Kommune der Schule. Ohne Bewilligung und ohne ihre Unterstützung konnten wir das niemals machen. Sie haben uns wirklich überall unterstützt und wir durften die ganze Infrastruktur gratis nutzen. Das ist wirklich grosser Applaus wert. Dann natürlich das Kult, wo wir das Camp abhalten durften und das Catering zusammen mit dem Mundart macht. Gross Applaus für beide. Danke vielmals. Dann haben wir grosse Spenden gekriegt von Energien Giardina, GKB, Lions Club, Valme Steyr. Und nicht zu vergessen auch die Spenden, die nicht nur Geld waren, sondern auch die Bühne. Zum Beispiel der Aufbau ist alles sponsoriert von Sanitär Meier, HGC, La Ville Gerüste. Und die ganze Deko haben wir auch vom Schweizer Hof Ulpere, Giuseppe Dekorations. Vom Theater, Schule und Sint haben wir die geilen Kleider bekommen. Und vom Theater Sint haben wir auch noch die Lechter, also die Hälfte der Lechter. Der Last dort hinten ist von Wolfgang Boshart. Ihr seht, wir haben mega viel Unterstützung bekommen von allen Seiten. Das ist wirklich mega cool. Dann haben wir noch weitere Sponsoren. Drogerie Mosca, Bio Bachelor, Geomärz, Coop, Sanitär Meier, Jansport Element, Sportheinrich, Coiffeur Casura, Mode Vital, Giardinerie Neuhäusler mit den Blumen und Allianz School. Ausserdem noch weitere private Sponsoren, die ich jetzt nicht alle aufzähle. die einfach sonst noch Geld eingezahlt haben oder mit Requisiten und so geholfen haben. Dann möchte ich noch allen Mitwirkenden danken, die heute Abend auch da sind am Helfen. Also erstmal für den Bühnenaufbau und meinen Vater, der das alles eigentlich gemacht hat, zusammen mit den Kollegen. Gross Applaus! Dann für die Dekoration Antonia Kavietzel und Karla Kavietzel und fast alle Mitglieder der Band. und meine Mama. Gross Applaus! Dann haben wir Shotgirls. Die sind glaube ich schon umgegangen. Also Antonia ist eine und Karla Uretze und Paul. Gross Applaus für die Shotgirls! Dann auch noch ein Danke vielmal all den Leuten, die bei der Kasse stehen. Ich sage jetzt nicht alle nehmen, aber... Danke vielmal, das ist wirklich super, dass ihr die ganze Zeit da stehen. Dann noch Nicolin Felix und Mika, die heute filmten und für die Lichttechnik zuständig waren. Wir sind Gianluca Vitalini, dort im Bus. Gross Applaus für die Lichttechnik! Und natürlich, ohne die einzige Person hinter dem Ganzen wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, heute hier zu sein und so spielen können auf der Bühne, den Gianni Strimmer! Und natürlich auch die Band! Danke vielmal! Sonst würde ich hier alleine stehen. Gross Applaus! Okay, wir machen weiter mit Posen! Und jetzt, bitte. Ja, wir machen weiter mit Posen. Und jetzt, bitte. Ja, wir machen weiter mit Posen! Ja, wir machen weiter mit Posen! Here's a song you ought to do Let me introduce you Posing, everybody pose Posing, everybody pose Pick a box with them again Choose whatever clothes you're imposing Everybody pose Posing, everybody pose Musik 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 Ah, sometimes I get a good feeling, yeah Yeah, I get a feeling that I never, never, never had before, no, no Yeah, I just gotta tell you right now that Yeah, I believe, I really do believe that something's got a hold on me Oh, it must be love, oh, something's got a hold on me right now, child Oh, it must be love, let me tell you now, I got a feeling I feel so strange Everything around me seems to have changed Step by step I got a brand new role I even sound sweeter when I talk I said, oh, 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 hey I said, baby, oh, it must be love, you know it must be love I said, oh, 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 oh. Hey, I said, baby, oh, it must be low. Let me shake. My heart feels heavy. My feet feel light. I shake all over, but I feel right. I never thought it could happen to me. I got me heavy when I'm inology. I never felt like this before Something's got a hurt on me that won't let go I never thought it could be this way No second, I put your hurting on me I said, oh, 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 oh Hey, I said, baby, oh, it must be love Your love must be love Yeah, it won't make love Your love looks like love Yeah, it talks like love Your love looks like love Makes me feel alright Makes me feel alright In the middle of the night In the middle of the night Yeah, 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 yeah Oh yeah, oh yeah Underneath the city lights There is a life you know about Where rules don't apply, no And you can't keep a good girl down She comes to the club looking for a good time Gonna make that shake, that booty on time Don't need a sugar daddy, she can walk her just fine Whoop on the table she would answer Hey 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 All the girls wanna fall in line Under the spotlight All the girls wanna fall in line Hey 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 Here come the ladies gonna show a little more Here come the boys gonna show a little more More, more, more EAT UP EAT UP WON'T LET YOU REST EAT UP EAT UP THIS IS NOT A TEST EAT UP EAT UP GONNA GIVE ME YOUR BEST SO GET YOUR REST AND SHOW ME HOW YOU VALESK EAT UP EAT UP WON'T LET YOU REST EAT UP EAT UP THIS IS NOT A TEST EAT UP EAT UP GONNA GIVE ME YOUR BEST SO GET YOUR REST AND SHOW ME HOW YOU VALESK An imit of knowledge a little bit nice and whole lot of glam sweat sugar sex spice just shimmy shimmy strats So I give a little whop what I thought today will present you all whoa hey 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 whoa hey 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 what I don't want to quote just go to land loneliness will just win it for life whoa hello all the girls wanna То Line whoa Hi and I'm gonna wars nur for the line we say hey 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 here going to stake it and Cheese I give a Littleocus hey 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 hey, here going to� putting us a little more, 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 more heat up, heat up WON'T LET YOU REST heat up, heat up it's not a TEST heat up, heat up man and give me a MEST So get your ass up, show me how you've been left Heat up, heat up, won't let your ass Heat up, heat up, it's not a test Heat up, heat up, gonna give me your best So get your ass up, show me how you've been left Okay girls, let's turn on how it's done Stay normal till we see And we've only just begun Let me hear you say hey Say hey Say hey Say hey Say yeah Heat up, heat up, won't let your ass Heat up, heat up, it's not a test Heat up, heat up, gonna give me your best So get your ass up, show me how you've been left Heat up, heat up, won't let your ass Heat up, heat up, it's not a test Heat up, heat up, gonna give me your best So get your ass up, show me how you've been left Danke vielmals, Schuhele! Danke, sind ihr gekommen! So, das war unsere Show heute und falls es euch gefallen hat, dann kommen wir morgen wieder. Danke vielmal! Zählen wir noch mal Eis. Wenn es noch mal Eis. Wenn es noch mal Eis. Okay, in dem Fall noch Eis machen wir. ... BIRTH FLYING HARD You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Birds drifting on by You know what I mean It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Sun in the sky You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Freedom is mine And that's how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good And I'm feeling good Yeah, I'm feeling good Yeah, I'm feeling good so you Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Groß Applaus für Rahel! 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 Danke vielmals, das ist voll! Falls ihr noch eines wollt, dann müsst ihr alle aufstehen und da vorne kommen und abgehen. Beim letzten Lied. Alle aufstehen! 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 Was sind vierzig? Und jetzt alle springen! Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.